Herzlich willkommen zu Superwoman, eine Sendung des digitalen Senders F15 von Forbes-Dach. Mein Name ist Ali Zumstein und bei Superwoman sprechen wir mit Führungskräften, mit Expertinnen und Experten, die ein echtes und ernsthaftes Interesse an Diversity-Themen haben, die uns mit ihrem Wissen und mit ihrem Tun eine andere Sichtweise auf dieses vielschichtige Thema aufzeigen. Mein heutiger Gast ist Desiree Metro. Sie ist CEO DACH bei OCC Assecurateur GmbH. OCC ist ein deutsches Versicherungsunternehmen, Marktführer im Segment Spezialversicherung für klassische Fahrzeuge, das heisst Oldtimer, Youngtimer, auch wertvolle und hochwertige Sportwagen. Desiree ist schon viele, viele Jahre in der Versicherungsbranche tätig. Ganz herzlich willkommen, Desiree. Hallo, Aline. Herzlichen Dank für deine Einladung. Du bist CEO DACH bei OCC. Du warst auch vorher bei einem Startup, einem Insure-Tech-Startup, CREADI, tätig, ebenfalls als CEO. Und dann auch bei anderen etablierten Unternehmungen. Wie ist das? Was beobachtest du? Gibt es da Unterschiede, ob man jetzt als CEO ist von einem Jungunternehmen versus einem Traditions- und etablierten Unternehmen? Da gibt es auf jeden Fall deutliche Unterschiede. Es ist auch eigentlich im Fokus des Businessmodells. Es gibt es ja da nachher auch Unterschiede jetzt in so einem etablierten Unternehmen wie OCC, wo ich ja die Verantwortung trage für mittlerweile doch 120 Mitarbeiter. Es ist auch eine andere Rolle, war dann da, als wenn ich quasi bei CREADI, als ich die erste Mitarbeiterin quasi war in der Rolle, als ich das Unternehmen aufgebaut habe. Oder da hast du einen anderen Fokus, mehr Recruiting, mehr Businessmodell. Da musst du so diesen Product-Market-Fig finden und gucken, dass du überhaupt mal so auf dein Businessmodell kommst. Währenddessen ich heute in der Funktion bei OCC, da geht es schon mehr um strategische Themen, auch sehr stark Investors-Relation. Und dann gibt es natürlich aus meiner Sicht auch nochmal deutliche Unterschiede zwischen Deutschland und dann auch der Schweiz, oder da ist auch nochmal ein bisschen eine andere Rollenerwartung vorhanden. Wenn du diese beiden Zeiten so ein bisschen vergleichst, was ist einfacher? Was war für dich einfacher? Was war schwieriger? Es hat alles so seinen positiven und so seinen negativen Aspekt. Oder also die Learnings, es ist halt immer wieder ein anderer Fokus. Ich denke schon, dass jetzt halt auch in der Rolle von OCC aktuell mein Fokus halt auch eher noch auf so Corporate-Themen liegt, wie auch Finanzen. Ich bin ja nicht nur quasi von Deutschland-CEO, sondern von vier Unternehmungen in Österreich, in der Schweiz, dann noch in Köln und hier noch Beirat. Und dass du halt auch so zum Thema Legal, Compliance, ganz andere Anforderungen, die du dich auseinandersetzen musst. Während du klassisch im Start-up Injotech, da geht es mal darum, überhaupt mal irgendwie so eine Firma aufzubauen. Und das sind so Compliance-Legal-Themen, das ist jetzt nicht gerade am vordersten Front. Und in Deutschland ist es natürlich zusätzlich so, dass der Datenschutz über allem steht. Ich will das auch gar nicht eher despektierlich sagen, sondern hier ist einfach mehr das Thema, da muss man auch ein bisschen mehr Fokus legen, als das vielleicht eben damals im Start-up war bei der Interschweiz. Schauen wir noch ein bisschen tiefer in die Versicherungsbranche rein. Es gibt den Bericht, quasi den Benchmarking-Bericht der Versicherungsbranche 2019 der Universität St. Gallen, der zeigt, dass das Geschlechterverhältnis in der Versicherungsbranche sehr ausgeglichen ist. Aber wenn man dann auf die Kader-Ebene geht, sieht man, dass dort deutlich Frauen untervertreten sind. Das ist auch in anderen Branchen so. Wieso ist, was meinst du, was sind die Gründe dafür? Also diese, in dieser Studie kann ich folgen und das auch bestätigen. Also das ist auch mein Empfinden. Und da nimmt sich Deutschland, Österreich und die Schweiz eigentlich in der Regel gar nichts. Also diese Beobachtung mache ich überall so. Ich glaube, es geht zum Schluss, gibt es zwei verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich auch immer dieses Thema, Frauen im Unternehmen zu identifizieren, die sich auch trauen, einen Schritt nach vorne zu machen. Ich will nicht sagen nach oben, weil das finde ich nicht der Richtige, sondern einfach auch rausstehen wollen, Verantwortung übernehmen wollen, die sich trauen, Führungsverantwortung zu übernehmen. Weil das muss man auch wollen. Es ist ja nicht per se einfach immer nur damit gemacht, so toll, jetzt bin ich Teamleiter oder ich bin Abteilungsleiter und das ist immer nur mit Spaß verbunden, sondern das ist mit viel Arbeit verbunden. Also das ist immer der Punkt, das muss man wollen. Und das ist mal so das eine, dass man diese Leute, auch diese Frauen bewusst fördert, findet und denen aber eigentlich auch auf dem Weg begleitet dahin. Und das andere ist halt schon auch noch, was ich immer noch der Meinung bin oder das Gefühl habe, ist, dass in großen Konzernen und natürlich Banken, Versicherungs, Finanzwirtschaft ist halt schon auch noch immer so ein bisschen Zeilschaften, Netzwerkpflege und wenn da mal ein Posten frei wird, dann werden halt dann auch schon wieder andere mitbezogen. Also das gehört dann natürlich auch noch immer mit dazu. Aber und es ist noch spannend, wenn man mit Männern in gewissen Positionen, auch auf Vorstandsebene mal über das Thema Frauenquote diskutiert, da kommen dann auch noch spannende Aussagen dazu. Ja, also man kann ja schon eine Frauenquote machen, aber also solange das nicht meinen Job betrifft. Also ich werde ja meinen Posten nicht für eine Frau räumen, so quasi. Und das ist auch etwas, was man sich einfach auch noch eben, es ist auch immer noch so diese Meinung, so, ja, kann man ja machen, aber eigentlich nicht. Und eigentlich müsste ja nicht selbstverständlich sein, dass das überhaupt kein, es darf doch eigentlich überhaupt kein Thema sein. So. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass man, oder es braucht auch immer noch mehr, und da gibt es ja schon einige, die da sehr aktiv sind, dass man eben einfach auch Frauen mehr Mut zuspricht, nach vorne zu treten. Und ich glaube, was wir Frauen von den Männern lernen können, noch in der Hinsicht, ist das Thema Netzwerk. Wir müssen viel stärker Netzwerke, 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 und diese Netzwerke auch nutzen, um uns auch in Position zu bringen. Und vielleicht auch diese Netzwerkzeiten oder auch die Gefäße, dass man die auch auf andere Zeiten legt, weil oft ist das ja, wenn das Abend stattfindet, auch nicht unbedingt sehr förderlich für Frauen mit zum Teil auch kleinen Kindern. Ja, ja, absolut. Das weiss ich ja bestens, wie das ist, da ich auch zwei kleine Kinder zu Hause habe. Aber was ich schon merke, ist, so durch Aktivitäten in Social Media, also mit diesem ganzen Business Social wie LinkedIn, wo ich sehr stark auch aktiv bin, hat man ja heute auch andere Möglichkeiten. Und Corona zeigt uns, dass ja alles auch virtuell geht. Und da gibt es ja ganz viele Business Talks auch und Conferences und einfach so Zusammenkünfte, Austausche, die man virtuell machen kann. Und das schafft eigentlich die als Frau, die auch noch in der Rolle der Mutter ist, eigentlich mehr Opportunitäten. Und insofern glaube ich einfach, man muss es aktiv nutzen und man muss sich einfach auch trauen. Aber das wäre mir eigentlich auch nochmal so eine, ist für mich auch nochmal so eine Message hier raus. Und alle Frauen, die zuhören, seid einfach mutig, weil es gibt zum Schluss, man kann nur gewinnen, man kann nichts verlieren. Das ist schon ein schönes Statement, nicht ein Schlussstatement, weil ich habe noch einige Fragen an dich. Du engagierst dich schon sehr lange für Diversität und auch Inklusion. Oft ist es ja auch sehr schwierig, die Maßnahmen wirklich auch zu messen und zu sehen, wie erfolgreich sind die. Wie ist es bei euch, Desiree? Wie treibst du als quasi Führungsperson Diversity und Inklusion voran? Für mich ist eigentlich wichtig eben, dass es, es gibt nie, also wir haben ja in den letzten 18 Monaten haben wir über 40 neue Mitarbeiter aufgebordet und das Wachstum und der Growth, also das geht kontinuierlich weiter. Für mich ist immer so ganz mal wichtig, also wir suchen, wir suchen für eine Rolle, suchen wir jemanden. Und da wird nie irgendwie gesagt, wir suchen einen Mann, wir suchen eine Frau, Jung, Alter, spielt eigentlich zum Schluss eigentlich gar keine Rolle, weil es geht jetzt zum Schluss immer nur darum, wer bringt denn eigentlich das beste Werkzeug mit, egal welche Herkunft, welche Sprache er spricht, sondern wer fühlt eigentlich vom Werkzeug her diese Rolle am besten aus. Und da legen wir sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir da also völlig neutral auch uns in dem bewegen. Wir haben auch stark angefangen, so auch unsere Job-Ads ein bisschen immer auch neutraler zu definieren, in der Duokultur, sehr locker. Viele Menschen haben auch mit mir ein Gespräch und ich sage immer, ich stehe absolut in dem Business, in dem ich tätig bin, Versicherungen, dann noch mit Autos, stehe ich als Frau an der quasi Spitze absolut für Diversity. Oder ich bin immer, und auch ich gehe immer noch durch den Alltag in meinem Kontext, ich bin immer so die Exotin, weil Frau, weil ich jetzt noch nicht gerade 60 und eigentlich eben auch noch Automobil, was sehr für Männer steht. Und ich sage immer, ich als mich stelle ja das schon so hin. Und dann machen wir auch regelmäßig für uns intern diverse Untersuchungen auch, wo wir anstellen, wo wir auch das Verhältnis mal immer wieder angucken, zwischen Mann und Frau, Frau, in Führungspositionen, Management-Team, auch zum Thema eben auch Kinder, wie stehen wir da? Wir versuchen sehr flexibel da auch zu sein. Und jetzt brauchen wir diese Flexibilität auch, weil auch noch Kinder sind mal krank und ich brauche Kinder krank. Also das ist eben auch, deshalb habe ich da auch sehr, sehr viel Verständnis und ich bringe das auch in die Unternehmung herein. Und zum Schluss ist es ja einfach, es braucht ja gar nicht viel. Sondern es sind alles Menschen und wir haben alle ein Ziel und wir müssen alle gucken, dass wir unser Leben irgendwie mit allem, was wir so im Leben haben, unter einen Hut bringen. Und für das muss man einfach als Arbeitgeber auch Verständnis aufbringen. Und dann klappt es auch mit mehr Diversity. Messt ihr das auch irgendwie? Setzt dich hin mit deinem Team? Ich weiß nicht, wie ihr aufgestellt seid, wo du sagst, schauen wir das mal an, hat sich das positiv ausgewirkt? Ja, das tun wir also mit meiner Personalchefin und wir haben jetzt auch noch extra, jetzt nochmal Personalentwicklung zusätzlich mit reingeholt, damit wir eben da auch diese Entwicklung weiter vorantreiben können. Und Diversity hat ja zum Schluss nicht nur etwas mit Geschlecht zu tun oder mit Nationen, sondern Diversity hat auch etwas mit Mindset zu tun, das hat mit Kultur zu tun, das hat auch mit New Work zu tun. Wie stellst du dich da hin? Und all diese Themen, die treiben wir sehr, sehr stark voran. Also das hat selbst mit dem mobile Office, hat das etwas zu tun. Was biete ich den Leuten eigentlich für eine Infrastruktur, damit die eben auch divers arbeiten können? Und da bin ich natürlich immer top engagiert im Sinn von, ich treibe das wirklich an und bin da auch sehr, sehr selbstkritisch mit uns als Unternehmen und auch als Führungscrew, weil ich finde das wichtig und es ist zeitgemäß. Und es hat ja auch den positiven Effekt, dass du so neue, spannende Talente in deine Unternehmung holen kannst, was du vielleicht vorher nicht hättest, die du vorher nicht gekriegt hättest, weil ja für gerade auch digitale Talente das sehr ein wichtiger Indikator ist, wie ist denn eigentlich in der Unternehmung heute dargestellt mit diesem ganzen Team. Wichtig ist ja auch bei Diversitätsthemen immer wieder auch der Punkt Role Models. Ich würde jetzt behaupten, du bist ein Role Model mit deinem Leben, wie du das lebst, wie du auch oft darüber sprichst, es vorwärts treibst. Und merkst du das auch, Role Model zu sein, trägt es positiv bei? Gibt es andere Role Models, die positiven Impact bei euch generieren? Ich merke das schon. Also ich habe auch eben so gerade auch so jüngere, sage ich jetzt mal, oder Nachwuchsführungshäfte, die dann ab und an mit mir sind und auch in die Diskussion kommen, wie machst du denn das alles, auch dieses Zerreißen zwischen, man ist CEO von Unternehmen, aber man ist ja auch Mama und man hat Kinder, man hat noch ein eigenes Startup, man macht da noch Verwaltungsrat, das ist ja im Austausch, wie kriegt man das alles auch unter den Hut? Und da hat man ja nicht immer nur positive Gedanken, da ist man manchmal auch im Zwiespalt und denkt, werde ich denn eigentlich allem gerecht? Und da habe ich aber mittlerweile für mich einen sehr guten Weg gefunden und kann da auch eben auch in der Rolle eben als Role Model sehr viel mitgeben und sehr viele Tipps geben. Und ich finde es eigentlich auch schön, in dieser Rolle zu sein, weil zum Schluss eine ganze Gesellschaft oder die ganze Gesellschaft schreit ja danach, wir brauchen mehr Diversität, wir brauchen mehr Frauenanteil und, und, und. Aber wir können ja nachhaltig eine Gesellschaft nur verändern, indem wir das vorleben. Und ich bin eigentlich für mich persönlich das beste Rollenmodell für meine Töchter, weil für die ist es normal, Mama arbeitet, Mama macht Videocalls und Mama ist jetzt nicht da. Und die leben mit der Selbstverständlichkeit auf, dass es okay ist, als Frau in so einer Position zu sein oder so. Das ist normal, okay, Mami, du bist Chef. Und ich so, ja, ja. Und das ist eigentlich für die so wie cool. Und ich glaube, da müssen wir allen irgendwas einfach vorleben. Und ich glaube, was mir persönlich wichtig ist, gar nicht so ein großes Buhai drum machen. Just going forward. Steh auf, mach dein Ding, kämpf dafür. Ich glaube, man muss auch nicht immer alles so auf die Waagschale legen. Und ich will eigentlich auch nicht in den Raum reinkommen, wo es irgendwie komisch ist, dass ich eine Frau bin. Ich will einfach meinen Job machen, wenn ich gut mache. Ich will meine Ziele erreichen und ich will mich entwickeln, die Firma entwickeln. Und ich habe auch Spaß im digitalen Kontext noch mehr, irgendwie noch mehr Leistung in die Welt zu tragen und irgendwie nachhaltig etwas zu verändern. Und das ist eigentlich der, ja, so mein Impact. Und manchmal denke ich, durch diese ganzen Diskussionen und diesen ganzen, ja, auch zum Teil Hype, der gemacht wird, aber den braucht es irgendwie, dass alle aufwachen. Aber da frage ich mich manchmal, ob es wirklich so ist, dass dadurch die Welt dann wirklich besser wird, oder? Weil es gibt manchmal auch so ein bisschen den negativen Aspekt, der dadurch entsteht. Und da muss man einfach irgendwie so eine gute Balance finden. Desiree, du bist eine Digitalexpertin. Wie digital ist die Versicherungsbranche? Wie digital seid ihr bei OCC? Hand aufs Herz. Also ich würde es mal so sagen, wie digital die Versicherungsbranche ist, da könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Und da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Die einen meinen, sie sind super digital. Und ich finde es so, what, nee, nicht so. Ich glaube, oder man muss mal unterscheiden zwischen, vieles ist irgendwie, wenn du heute Lead Generation auch online machst, also so, du hast ein Sales Funnel, so der klassische E-Commerce-Weg, dann finden viele schon, sie sind digital. Das ist ja natürlich nicht so. Lead Gen ist eine Vorstufe zu wirklich digitalen Geschäftsmodellen. Und bei OCC, da kommen wir aus sehr einer klassischen, analogen Welt, sehr erfolgreiches Unternehmen. Und ich sage immer, OCC hat ein bisschen, hatte, nicht mehr, aber hatte so ein bisschen die Gefahr, dass es zum Kodak der Oldtimer-Versicherung wird. Oder sehr erfolgreich, lange nichts gemacht in der digitalen Transformation, läuft ja. Und wir wissen, Kodak und so war dann irgendwann verschwunden. Und wir haben jetzt eigentlich im Alltempo wirklich so mal die Basics aufgerüstet und auch ein bisschen mehr gemacht. Und ich würde mich heute hinstellen und sagen, wir sind jetzt noch nicht ein komplett digitales Geschäftsmodell, aber wir sind auch nicht mehr am Anfang. Also in der Branche, wo wir jetzt sind, also in dieser Nische, weil das ist ja wirklich sehr, also Nische, Nische, Nische der Nische, sind wir jetzt eigentlich Vorreiter. Aber wir sind noch nicht da, wo ich sein möchte. Da geht natürlich noch mehr. Also da habe ich noch einen anderen Anspruch. Wo wir sicher digitaler jetzt unterwitzend sind als andere, ist natürlich auch dieses ganze Thema, so Online-Marketing, Social Media, da sind wir sehr, sehr stark aktiv. Dadurch lernt man auch viel. Und das kannst du dann wieder übertragen und dann ein Geschäftsmodell ausbauen. Aber das Thema Digital hat ja auch zwei Seiten. Das eine ist Technologie. Technologie kann jeder. Das sind dann Dinge, die du tun musst. Digital hat im Kopf zu tun. Und die Transformation von einer klassischen Unternehmung in ein Digital Mindset und auch diese User-Centric View einzunehmen, das ist eigentlich die eigentliche Master-Aufgabe. Sie redet zum Schluss, man hat so das Gefühl, die Jungen irgendwie, die können sich das gar nicht leisten, irgendwie so ein Oldtimer quasi zu fahren. Also wie stark ist denn die Nachfrage nach den digitalen Dienstleistungen? Relativ groß sind ja immer wie mehr. Also ich glaube eben, das ist auch so was. Man hat immer so das Gefühl, Oldtimer, oh, teure, teure Autos. Da denkt man immer so gerade an die teuren Porsches und Mercedes für, weiß auch nicht wie viel Geld so. Aber das Gros unserer Kunden, also wenn wir gerade auf Deutschland, auf den deutschen Markt gucken, die haben also 80 Prozent unserer Fahrzeuge, die wir versichert haben, haben einen Fahrzeugwert unter 40.000 Euro. Das ist eben der Opel, den die Oma schon gefahren hat. Das ist eben der VW Käfer. Das ist der alte T1 VW Pulli. Und die Nachfrage nach diesen Nostalgie-Fahrzeugen wird stark größer. Also das merken wir, da kommt auch eine neue Generation her. Einerseits werden Autos vererbt, aber andererseits ist halt so dieses ganze Thema der Urbanisierung, kennen wir auch in der Schweiz, in Zürich, in Bern, in Basel. Da schwebt ja so eine Nostalgie mit. Man hat zwar vielleicht nicht mehr ein Alltagsauto, man hat aber ein teures Fahrrad oder man hat sich eben mal so einen kleinen Alfa-Caprio. Für die Freizeit gönnt man sich, weil das eben etwas ist, was man sich schon immer gewünscht hat und dass diese Generation, gerade so ab 30, natürlich auch vermehrt die digitalen, also quasi Angebote, Nachfragen, sie auch gewinnen, weil sie das auch sonst machen. Und von dem her sind wir sehr, sehr zufrieden mit der Online-Nachfrage. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und wir haben letztes Jahr, konnten wir da stark, stark ausbauen. Und da lasse ich auch nicht locker, dass wir da noch stärker werden. noch mehr auch digitale Angebote schaffen können. Und was auch noch da wichtig ist, oder ich bin ja ein wahnsinniger Plattform-Ökonomien-Fan, so alles, was so digitale Plattformen ist. Als Schluss muss man ja das auch im Ökosystem sehen. Und da werden wir noch ganz viel machen können, auch in diesem, gerade in diesem Spannung sind wir sehr geliebt. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank. Alles Gute auf dem weiteren Weg. Danke, Aileen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.